so wieder da krass wie schnell sich die kontrolle wieder ein bisschen mehr aufladen kann oder sind es schon wieder fast 15 stunden aber ich bin schon langsam so an meine ganzen gekommen also dass mir das schon mal zu viel so es so es es Was ist das? Was ist der, du blöd? Verdammt, jetzt muss ich doch. Okay. Na ja, geht besser. Ich denke, wir könnten es schon schaffen, so eine Mieze Katze zu erledigen. Okay. 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 Und durch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, naja... Krass, wie viel Sinn die die überhaupt geben... Oh, naja... Oh, naja... Oh, naja... Was? Was wurde das jetzt nicht geplant? Oh, naja... Oh, naja... Ach, komm... Das gibt's nicht... Ist der Stand ja immer noch zu wenig, denn ich mache... Ärgerlich... Ich frage mich, was die dann überhaupt... Oh, naja... 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 Machen wir mal ohne Blitzfahren... Oh, naja... 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 es ist der pure wahnsinn ich will die katzen jetzt schon erledigen warum lässt mich das spielen ergerlich 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 es Jetzt wird es wirklich normal. Das war's. Das will einfach nicht klappen, oder? Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Wie der... Na ja, gut. Das ist der Wahnsinn. 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 Gott Der Kille uns denkt er Was für ein Biest ey wirklich Und ich habe jetzt nicht vorhin darauf geachtet Wie viel Ruhn ich bekommen habe Okay Naja Die werden wir auch noch aus dem Ezer Katze Und nebenbei fahren wir irgendwie rum Ruhn Das wäre geil Ja Das wäre geil Das wäre geil Okay Ach was für ein Biest ey unglaublich Ich komm nicht wirklich dazu anzugreifen Das ist das Problem Und wenn dann werde ich direkt angekettet Das ist Schon ein bisschen höher Das wäre Das war's. Ich hab schon so viel Wucht drauf und das reicht ja immer noch nicht aus. Ah, heilmutsche ich mich jetzt nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Was? Das war's. 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 Was? Das war's. 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 Das sind's. Das war's. Super. Ist das von Aus. Lass mich richtig. Von wo bin ich denn gekommen? Von da glaube ich, oder? Oh, da ist er schon tot. Wie viele Erfahrungen die geben. Lassplitter, okay. Wahrscheinlich. Okay. 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 Krass. Okay. 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 Ah, das könnten 3-4 Levels haupt werden. Wenn ich jetzt mich noch ein bisschen bei mir hier rund zu fahren. Ok. Ich dachte, ich würde das Beste haben bekommen. Naja. So kann man sichern. Ups. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Haben beide überlebt Ich bin überrascht Das ist extrem laut Ich bin überrascht Okay Ach komm Hmm Ja gut Okay Okay Ich bin überrascht Ich bin überrascht Wow Wow Ich bin überrascht 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 Okay. Okay. Das ist eine Sache, es kommt, was ich gerade mache. Okay. Danke für eure Spender. So. Was macht er da? Ah, okay, da sind wir. Okay, unser Beispiel nochmal, wir wissen es schon mal hatten, mal sehen. Okay. 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 Ah, ja gut. Ich glaube, es gibt bessere Levelmöglichkeiten. Oh gut. Ich glaube, die ganzen Wege macht es nicht besser. Ah, das ist schon schieser. Ich glaube, du würdest auf Dauer am schnellsten gehen, wenn ich immer nur die Bar der Macher. Okay... So... So... bin ich zu dürfen zum hüpfen naja da habe ich mir jetzt ein bisschen treffen lassen das 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 Mhm. Und das Schiff noch, kommen wir durch. Mh, naja. Na, jetzt so kurz, äh, noch zu jemand andern zu wechseln, ich weiß nicht, 76.000. Ja, das sind drei Stufen, kommt, mal schauen, wie viel uns da noch bleibt. Wir müssten noch 20.000 machen und dann, uff, ja gut. Andra und Typ. Ziemach wir jetzt schon. Das war's. Oh, mein Gott, ey. Das ist schon zu einfach. Wo musst du denn her jetzt? Ich geh mal kurz in deinem anderen Gebiet, ey. Ich will die Rune einfach loswerner. Ich will einfach nicht zu viel haben. 100.000 ist mir jetzt schon wieder zu viel. Ah, dass ich die Verlierer dann. Für den Boss. Wenn der's immer so schnell und einfach gehen will. Oh, der überlebt Zungen heute. Oh, der... Oh, der... Was ist da hierher gelockt, ey? Die geben auch richtig gut runen, eigentlich. Aber dass die so einfach zu bisschen sind. Aber das machen die Riesen ja sowieso. Moment mal. Und wir kommen gleich wieder zurück. Ähm, zu der Map. Wir werden jetzt was machen. Oder wieso rum? Wenn ich, äh... den Ort finde. Da machen wir Schluss, Rotmänner. Ja, wirklich. Also, den Boss heute. Nach dem nächsten Level ab. Und ich darf nicht das verstehen. Ach so, lol. 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 Ach so. Okay Oh Ich dachte, die würden ein bisschen mehr droppen Naja Wohl falsch gedacht Das machen wir jetzt nur noch einmal So Dann haben wir die Denke ich mal Schon heftig Das ist egal Das ist schon wieder vorbei Okay Na gut Okay 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 Mal schauen Wie schnell wird das Okay 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 Das ist ja Das stimmt Wollen wir dann nochmal Mal schauen Wow. Äh, ernsthaft, dass er mich noch gehittet. Ja, da wäre der andere, was er noch dazugekommen ist. Äh, okay. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, wie duft das Gelaufen ersetzt. Naja. Jetzt hat er nicht besser laufen. Warum? Warum? Hmm. Es muss schneller gehen damit der zweite Bus nicht irgendwie sich zu sehr einmischen können während ich mit dem ersten beschäftigt bin also ich hätte eigentlich gedacht ich würde mehr schalten raus hauen ich bin wirklich gerade sehr schockiert wie schlecht das eigentlich läuft ich dachte ich würde ihn zerstören aber das ist genau das gegenteil davon hätte ich jetzt nicht gedacht was ich ja es 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 Ich bin nicht auf der einzige der zu dumm dafür ist, aber ich weiß nicht. Mir kommt es nicht wirklich so vor als würde ich gerade wirklich zu scheiße auswählen oder so. Es ist einfach. Keine Ahnung. Scheiße. Du hast halt null Zeit richtig zu reagieren. Ja, Wahnsinn ey. Das Ausweichung funktioniert super ey. Wirklich. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass er mich so zerstört. Das lief doch letztes Mal viel besser als ich je gespielt habe. Keine Ahnung. Jetzt treffen mich wieder auch alles, was ich nicht treffen sollte. Also. Das Ausweichung. 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 Es kann doch nicht sein, ja. Oh, ey, wenn das nicht immer so ewig dann tauchen würde. Ich verstehe nicht, warum ich kaum Scham mache gerade. Ach, da. Mal sehen, ob ich ohne Blitzschaden mehr irre habe. Oh, 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 oh. Okay, habe ich verlernt, den zu spielen oder was? Gegen ihn zu spielen? Was war das jetzt? Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, was war das? Und cool Ja, als ob mich das noch trifft Genau, deswegen wollte ich den Löwenartigen Schicksalscheißer so schnell wie möglich aus, sondern rausnehmen Wahnsinn, ey Ich dachte eigentlich, ich würde deutlich mehr Schaum machen, aber das ist irgendwie nicht der Fall Keine Ahnung, hätte ich viel mehr auf Hä, geschickt machen sollen? Keine Ahnung, ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht Was ist das? Warum habe ich jetzt plötzlich weniger Schauen gemacht mit meiner Technik? Sehr fragwürdig. Hmm. 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 Also. Mit schweren Angriffen sollte ich vielleicht auch nicht arbeiten. Sondern eher mit mehr Technik und weniger getroffen zu werden. Ach man. Wieso bin ich gerade viel zu dumm denn lebeartigen Scheiß halt einfach zu zerstören? Hmm. Ups Ach du Scheiße, ey Wieso ist der andere jetzt so schnell gekommen, ey Versteh ich nicht so schnell gekommen, ey Das war's. Das war's. Das war's. Das wäre's gewesen, wenn wir das direkt geschafft hätten, dann, nachdem wir endlich den ersten von beiden Bossen erledigt hätten. Das war's. 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 Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. Das ist ein absoluter Witz, ey. Das ist der absolute Drecksmist, ey. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh shit, ey. Das war's für heute. Das war's für heute. Clever, ey. Das war's für heute. 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 Keine Ahnung. Aber das sieht halt gerade echt so, als würde das Ausweicherer einfach nicht so funktionieren, wie es funktionieren soll. Genau. Deswegen bekomme ich so viel und so oft aufs Maul, dass es echt nicht mehr schön ist. Das war's für heute. Also keine einzige Sekunde zeitlich zu halten. Das ist auch das zweite Problem. Was das nochmal viel schwieriger macht. So. So. Das war's für heute. So. So. Oh, 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 oh. Tja, wie machen wir weiter? Ich weiß echt nicht, wie ich weiter spielen möchte jetzt, Andrew. Natürlich. Hey, das Ausweichen, wie das so richtig perfekt läuft. Geniale Spiele, also wirklich. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.